Hier haben wir ein Kristallklangschalen-Set, einen sehr schönen Dreiklang basierend auf dem D für das Sakralchakra, das Sexualchakra, ein sehr wichtiges Chakra in unserer Gesellschaftssexualität, die nicht auf Klammern und Besitz ergreifend sein soll, sondern die freudvoll und genießerisch sein darf. Mit diesem Dreiklang bringen wir unser Becken ins Schwingen. D, A, Fis und das hohe D. D, A, Fis und das hohe D. D, A, Fis und das hohe D. Die Größe der Schalen kann variieren. Das D haben wir hier in 28 cm, das würde gut auch in 30 cm gehen. Das Fis 25 cm und das A ist auch 25 cm, könnte etwas kleiner sein, 23 oder 20 cm und das hohe D, das ist dann schon auf 20 cm begrenzt. Gut, ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen und dass ihr den einen oder anderen Dreiklang in euer Sortiment aufnehmen möchtet. Unsere Schalen sind genau gestimmt. Das ist sehr wichtig. Im Grosshandel werden diese Schalen mit diesen Chakras-Beschreibungen verkauft, aber die Stimmungen sind nur so ungefähr. Und wenn das D und das A dann nicht sauber zusammenpassen, dann harmoniert das nicht. Dann verzieht das eher etwas. Wenn ich die Töne sauber habe, kann ich jederzeit eine Flöte nehmen dazu spielen, auch den Monochord dazu spielen, Schrutibox, Harmonium, was auch immer mir zusagt. Ja, die Demonstration, die ich jetzt hier gemacht habe, ist auf 440 Hertz und in späteren Filmen nehme ich dann 432 Hertz dazu. Macht's gut!